Oh, pass auf, pass auf, warte, warte, warte. Der blaue geht aber sofort von dann. Das hat sich ja lebt. Das ist schon ein Mord springen, ne? Das lässt sich ja auch irgendwie nicht ziehen, ne? Habt ihr da einen Akku dran, bzw. einen Meldr, wie lange der... Ich glaube auch, ne? Boah, hörst du schon, was der für den Kaffee hat, ne? Ja. Hat das Ganze auch... Nein. Okay. Scheiße. Das ist ja nichts für mich. Ich glaube, das halten meine Nerven nicht aus. Ich habe immer richtig Angst, dass der dann auf den Boden fällt. Und deshalb fällt er dann meistens auch schon auf den Boden. Was ist denn die ersten Zuschauer? Außer uns natürlich. Aber fliegt... Aber fliegt bitte nicht über das Haus da. Mal. Mal. Aber ich kann mich nicht übertreiben mit dem Kunststück.